Ein weiteres Video von Voice Acoustic am ersten Tag der ProHat & Sound. Stefan, ein neues IK-Ray hast du rausgebracht. Das ist ja geil. Eine Mittelklasse könnte man sagen, eine kleinere Größe vom IK-Ray 12. Ja, wobei das Teil auch schon recht leistungsfähig ist, also schon ein bisschen über der Mittelklasse kann man auch sagen. Ich erzähle mal eben ein bisschen was von Konzept und zwar ist das ja bei Line-Rays eigentlich üblich, dass du einen Abstrahlwinkel einstellen kannst. Das musst du halt simulieren mit einer Line-Ray-Simulationssoftware. Wir haben vorhin unser IK-Ray 12, ja, IS Focus 3 Lizenz. So, dann hast du einmal den Neigungswinkel, den du einstellen musst. Du musst eine Simulation machen, du musst richtig winkeln, du musst Shaving-Filter einstellen, je nach Array-Länge. Und das ist für manche Anwender schon ein bisschen zu komplex, die sich damit nicht so beschäftigen oder nicht beschäftigen möchten. Und man hört ja auch in der Praxis viele schlechte Line-Ray auf Konzerten oder auch in Festinstallation, weil die Leute sich mit der Technik dahinter nicht beschäftigen. Das ist nicht so einfach. So, dann gibt es ja festgecurvte Line-Rays schon am Markt, ein bisschen länger auch. Da packst du die Line-Rays einfach untereinander, die haben festen Winkel und lädst dann einfach das entsprechende Preset hoch. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Wir haben auch hier feste Winkel zwischen den Line-Rays, aber wir haben nachher zwei verschiedene Gehäuseausführungen. Und zwar ist das IK-Ray 8, gibt es mit einem Abstrahlwinkel von 100 mal 15 Grad und nachher mit 100 mal 5 Grad. Und diese Modularität, dadurch erreichen wir eine sehr hohe Flexibilität, weil mit vier Elementen zum Beispiel bei anderen, die mit 20 Grad gekurvt sind, hat der Anwender dann schon einen Abstrahlwinkel von 60 Grad und ist auf diese vier Elemente beschränkt. Weil wenn er noch welche darunter macht, dann wird der vertikale Abstrahlwinkel zu weit. Und bei uns besteht ein Grundset. Also wenn man jetzt einen Bass und einen IK-Ray 8 Element nimmt, dann nimmt man das 15 Grad Element, was man dann sehr schön auf die Zuhörerfläche ausrichten kann. Und wenn man das Set erweitert mit zwei Bessen und zwei Elementen, so wie es hier steht, dann packt man oben ein 5 Grad Element und darunter ein 15 Grad Element und hat einen Abstrahlwinkel von 20 Grad insgesamt. So, und wenn man diese beiden Anlagen wieder miteinander kombinieren möchte mit vier Elementen pro Seite, dann hat man oben zwei 5 Grad Elemente und darunter zwei 15 Grad Elemente und hat dann zusammen einen vertikalen Abstrahlwinkel von 40 Grad. Also da kann man schon einiges mit machen. Und wir haben uns für eine Doppelanordnung entschieden, die 8er übereinander, weil man braucht, um die Low-Mits auf Strecke zu transportieren, immer Länge. Und ich habe dadurch auch, dadurch, dass ich keinen Deapolite-Effekt habe mit zwei 8er nebeneinander, habe ich ein sehr schönes gleichmäßiges Abstrahlverhalten in der horizontalen Ebene und erreiche halt schon mit wenig Elementen auch eine entsprechende Höhe, um die Low-Mits auf Strecke zu transportieren. Wir haben zweimal 8 Zoll. Das sind die 8 Zoller, die auch bei uns in der CX-N16-Wedge mit drin sind. Die haben ja auch einen enormen Schalldruck und wir haben eine Hochtonsektion hier durchgehend, auch ohne Unterbrechung, also eine optimale Ankopplung. Der Abstand zwischen den Hochtönern ist sehr gering. Da sind vier Waveguides drin, die auf das 100 Grad Horn münden und viermal 1 Zoll Treiber. Also die 1 Zoll Treiber, die sind eigentlich mit den beiden Achtern ein bisschen unterfordert. Das limitierende Element nachher in der Lautstärke sind die 8 Zoller. Das heißt, die 1 Zoller, die spielen auf 35, 40 Prozent, also enorm niedrigen Clearfaktor, dadurch, dass wir einfach so einen enormen Headroom drin haben im Hochtombereich. Die Trennung ist passiv bei dem System. Das heißt, 4 Ohm, 500 Watt hat das, ein Achter hat 250 Watt. Und wir können von einem aktiven Bass immer einen zweiten Bass speisen und bis zu zwei Elemente jeweils an einem 800 Watt Kanal. Und dadurch, dass wir halt die 800 Watt Endstufenleistung zur Verfügung haben, 500 Braucher eigentlich, haben wir dann enormen Headroom auch für das Icaray. Also auch sehr, sehr wirtschaftlich zu ampen, zum Beispiel mit einer HDSP-6 Endstufe, die wir haben, kann man vier Beste ampen und vier Icaray-8 Elemente. Und da kann man schon richtig was mit machen. Zur Winkelung ein bisschen was und zum Flugsystem. Wir haben hier durchgehende Stahlschienen. Stahl in Stahl ist alles sehr sicher. Wir haben unten Gummifüße und oben sind Stapelfräsungen drin. Und dadurch habe ich schon die optimale Position, um den Rastpin einzustellen. Also das fasst alles schon ineinander. Wenn ich das hier rauf stelle, kann ich den Quick-Lock-Pin ganz einfach durchmachen. Ich kann diese Elemente alleine handeln. Das erste wird hier raufgepackt auf die Mechanik und das zweite dann einfach obendrauf nachher. Also sehr einfach. Wir haben von der Optik uns auch ein paar Ideen gemacht. Und zwar haben wir das unterteilt mit dieser Schattenfuge hier und den vier Griffen, dass es von der Seite schon aussieht, als hätte man jetzt vier Elemente. Und da hat man nicht so eckige Vogelkästen. Also auch vom Design sehr elegant. Die ganze Flugmechanik, die ist an den Seiten, ist die bündig drin. Ich habe keine überstehenden Teile. Sieht natürlich auch in Installationen im Theater sehr dezent aus. Und auch im mobilen Bereich absolut galatauglich das System. Ich möchte euch jetzt ein bisschen was zeigen zu der Mechanik. Einmal zu der, das ist eine Two-in-One ist das Mechanik zum Fliegen und auch zum Ground Stack. Das Icaray, das sitzt genau im Schwerpunkt. Und zwar habe ich hier hinten eine Knebelschraube und mit einer Gewindespinne, sieht ihr jetzt, wie hier vorne das Icaray jetzt gerade geneigt wird, beziehungsweise nach hinten. Oder ich kann es auch genau andersrum drehen, nach vorne. Und der Schwerpunkt der Box, der verschiebt sich dabei nach hinten. Das heißt, ich habe die Last immer zentrisch auf dem Stativ. Es neigt sich nicht nach vorne. Und wenn ich jetzt einfach eine Mechanik nehmen würde, eine Nike-Flansch oder sowas, dann hätte ich eine Kopflast. Das habe ich bei dieser Mechanik nicht. Und ich kann die Mechanik auch einfach oben drauf setzen zum Fliegen. Das ist nicht nur die Ground-Stacking-Mechanik, sondern das ist auch die Flugmechanik und ich habe einen Teil für beides. Sehr einfach zu handeln. Wir haben hier hinten an der Rückseite, wo wir das gerade sehen, haben wir nur eine Speak-Home-Buchse dran. Das ist einfach, um Fehler zu minimieren, weil unsere Endstufen, wir schließen ja prinzipbedingt 2-Ohm-Betrieb aus. Und ich kann immer nur an einem 800-Watt-Endstufenkanal einen Icaray 8 powern. Und dementsprechend haben wir keine Durchschleifbuchse, damit es da nicht irgendwie zu Fehlern in der Praxis kommt. Ja, klein kompakt, sehr gutes Curving. Also ich denke, das wird so ein bisschen das Volkslein-Ray. Das ist wirklich was von einer Mobil-Disco, von einer Band. Top-40-Geschichten, Rental-Companies, die da bis zu 4.000 Personen nachher mit bescheiden können. Festinstallation, Theater, Club-Diskotheken. Sehr weiter Einsatzbereich, 23 Kilo ist extrem leicht. Das kann von einer Person aufgebaut werden. Sehr flexibel. Das obere Element, das schaut jetzt ein bisschen nach oben, weil es sich hierbei noch um zwei 15-Grad-Elemente handelt. Das 5-Grad-Element ist jetzt zur Messe noch nicht fertig geworden. Und also rundes, schönes System mit vielen Möglichkeiten. Das heißt, du sprichst mit diesem Line-Array auch die etwas kleineren Venues an, die praktisch einfach mal schnell eine Anlage hinstellen müssen, die jetzt nicht sich in einer riesen Materie da einfinden müssen, wie zum Beispiel Soundwischen oder irgendwelche Animationsdinge, SketchUp, was weiß ich. Und tatsächlich auch für die, die auch mal in größeren Festzelten spielen, damit sie eben nicht willkürlich irgendwelche Boxen zusammenklastern, dass es zum Phasing kommt, zum Kampffiltern, was den ganzen Sound an sich unerträglich macht. Genau. Also die Skalierung ist es ja immer sehr wichtig dabei. Das ist ja auch schon bei unserem L-A-Stick so, den ich dann in der horizontalen Achse skalieren kann. Oder die Modular 10, die ich in der horizontalen klastern kann. Und das ist hier auch wieder so. Und ich kann es wirklich von der Beschallung mit 100 Personen einsetzen. Sieht immer noch einigermaßen dezent aus, bis hin zu zu groß mit mehreren tausend Personen. Kleine Venues, ein kleines Rockkonzert, kleinen Club-Gig und sowas alles. Und ist halt der Vorteil, dass ich wirklich physikalisch eine komplett echte Line-Array-Funktion habe und kriege den Sound auf Strecke transportiert. Ich brauche vorher nicht so laut machen. Der Vorteil eines Line-Arrays ist ja, dass ich pro Entfernungsverdoppelung nicht 6 Dezibel Schalldruckverlust habe, wie wir mit dem herkömmlichen Lautsprecher, sondern 3 Dezibel pro Entfernungsverdoppelung. Und das erfüllt alle physikalischen Eigenschaften eines Line-Arrays. Was ich vorhin noch vergessen habe, die Achter, die sind zurückgesetzt. Wir haben ja eine passive Trennung hier drin. Das ist ja hier Time-Aligement wahrscheinlich. Genau, das ist Time-Aligement. Die sind nämlich fast mit den Einzollern auf einer Achse. Das macht die passive Trennung nachher einfacher. Und ich habe ein sehr gutes Zeitverhalten auch dazwischen dann. Die Gehäuse werden oben und unten noch ein bisschen spitz zugefräst, dass ich wirklich einen ganz geringen Zeilenabstand habe zwischen den Lautsprechern. Es ist Full-Range-fähig. Wir haben eine Bassreflex-Abstimmung hier. Und zusätzlich durch den Rückversatz der Achter habe ich natürlich hier diesen kleinen Hornvorsatz und habe dadurch auch eine Sensitivity-Erhöhung. Also das Ding, das kann nachher auch richtig Brett machen. Das ist schon cool. Man sagt ja auch immer, Zeit ist Geld. Und mit dem geht es wahrscheinlich super schnell und trotzdem... Super schnell, super Reichweite, super feine Auflösung im Hochturmbereich durch die überdimensionierte Hochturneinheit. Sehr großes Horn auch vorne dran, dass ich wirklich eine konstante Direktivität habe. Gutes Rundstrahlverhalten, auch im Mitteltonbereich. Also ist wirklich so die Eier legende Wollmich-Sau und vom Einsteiger bis zum Profi einsetzbar. Ich bin so gespannt. Ich fahre bald zu euch wieder. Ich will das Ding hören. Und zwar unbedingt, ich war schon das Ding, das brennt uns auch so richtig. Oder in den Fingernägeln. Also ich habe da richtig Lust drauf. Ich war schon von CX-16. Mit dem ich da zusammenarbeite bei Entwicklung, der hat da auch richtig Lust drauf. Und da sind viele, viele gute Ideen von uns allen eingeflossen, muss man sagen. Ich will hören, will hören. Ich fahre schon mit CX-16 damals so begeistert. Ich fahre schon mit jedem in den Ohren. Wir wissen halt auch, was der Acht sagt, aber wir haben schon eine Messung von den Hochtunern. Wir haben uns auch lange mit Hochton-Sektion beschäftigt. Was wir da jetzt machen, haben wir wieder ein Sahne-Teil gefunden, was wirklich enorm viel Energie hat. Bis 20.000 Hertz läuft er fast linear durch. Vor allem klingen das System ja auch sehr ähnlich. Wenn man halt immer die gleichen Treiber verwendet oder die ähnlichen Treiber, die da vorgemacht sind. Wir haben ja gesehen bei den Messungen von dem Achtzöller, wir haben ja jetzt seit Dezember 2016 von allen Lautsprechern GLL-Files erstellen lassen bei Dr. Anselm Goertz im IFA-Institut an dem Dreharm. Und da wird ja immer Max-SPL-Messungen auch gemacht. Das heißt, der Schalldruckwert erhöht, bis der Lautsprecher 10% Tierfaktor erreicht hat. Und dann wird geschaut, wie viel Pegel macht er da. Und wir geben die Wedge mit 137 Dezibel an. Und gemessen mit 10% THD, also 10% Verzehrung, hat die CXN 1639 Dezibel. Das ist einer der lautesten Wedges auf dem Markt. Und das halt in diesem kompakten Format. Und derselbe Achter von der Wedge, der steckt hier auch drin. Also ist ein Sahne-Teil. Mit Waffe. Und das noch mit der Aufladung hier, ist schon lecker. Fantastisch, ich bin ja nicht gespannt. Also man kann mir ja sagen, ein gelungenes Produkt aus dem Häuserwurst Akustik. Ja, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Stefan. Nico, ich danke dir für deinen Besuch hier. Ja, natürlich, sehr gerne. Wie gesagt, hier immer Pflicht. Am besten schaut man die Videobeschreibung, da gibt es alle Informationen zu der Homepage, zu den ganzen Datenblättern und vor allem auch zu den Upload-Terminen der nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.